Ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal da rein, ne? Ah, eine Taschenlampe haben wir auch. Sehr schön. Okay. Runter in die Katakomben. Da lag was. Ja, komm. Das hat ein alter Mönch geschrieben. Ja, dann lesen wir mal. Jetzt muss ich erst mal warten. Ah, jetzt. Endlich ein Wunder und das am Feiertag unseres heiligen Dismas. Wochen nachdem wir erfahren hatten, dass die Krone plant, unsere Kathedrale zu zerstören und unsere Lande zurückzufordern, kam ein Fremder in unsere Mitte, während ich und mein Novize unser Morgengebet sprachen. Ein erschreckender Anblick, kieselfarbener Augen und ein dichter, ungepflegter Bart. Er druck die Kleidung eines Schiffkapitäns und besaß ein prachtvolles Schwert sowie einen großen Lederbeutel. Wir luden ihn ein, sich zu uns zu gesellen und er nahm die Einladung dankbar an. Während dem Essen erzählte der Freund eine traurige Geschichte über eine Seeschlacht und seinen Wunsch, seine Kameraden auf heiligem Boden zu begraben. Dabei bekannte er eine Art Verwandtschaft mit unserem heiligen Dismas und daher teilten wir unsere eigene leidvolle Geschichte mit ihm. Die Ländereien verwahrlosten, verwahrlost kein Geld von der Krone und die Kathedrale bis auf uns zwei verlassen. Er nickte, wissend, bevor er eine Menge Goldmützen aus seiner Tasche zog, wie ich sie vorher noch nie gesehen hatte. Ja, das war wohl, äh, der Kapitän hier, äh... Der Pirat! Okay. Was gibt's denn hier noch Interessantes? Hier kamen wir her. Muss ja noch irgendwas geben. Hier geht's weiter. Überall Gräber. Und da geht's noch tiefer runter. Ist es hier neblich oder sieht es nur so aus? Ne, es ist neblich. Hier Trops. Da sind sie ja alle. Wer ist alle? Jesus und die zwei Leute, die mit ihm gekreuzigt wurden. Aha. Da liegt was, oder? Liegt da was? Nö. Okay. Da ist ne Tür. Ah, das sieht mir doch nach nem Rätsel aus hier. Ist das eine Tür? Sieht wie an der Tür aus. Ich weiß aber nicht, wie man sie öffnet. Was sind das für Sternensymbole? Das hat doch garantiert hier was mit zu tun. Oder? Ein Sternensymbole. Wir können hier nirgends was machen. Der auch nicht. Hier geht's wieder zurück. Ah, nee, hier. Okay. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Ha, das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Okay. Wir gucken mal in unser Tagebuch. Der gute Dieb, der schlechte Dieb und Jesus. We received the due reward of deeds. Okay. Da ist der Brief. Da ist leer. Das hat doch aber garantiert was damit zu tun. Mit dem... Ja, hier. Sag ich doch. Ach, eine Art Lampe. Hey, Smoky. Ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du. Verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Daffy. Das ist doch mal was. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Okay, das werden wir jetzt so ausrichten müssen, dass es genau da drauf kommt, ne? Ja. Wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Oh, das gefällt mir. Hey, na bitte. Okay, hier können wir drehen. Weil bewegen wir immer zwei Lichter? Das scheint so. Ah, ah, ah. Ne, das reicht nicht. Aber das reicht. Jetzt hier. So, wenn du es hinhauen. So haut es auch hin. Perfekt. Sehr schön. Und jetzt die noch. Und jetzt machen wir die Tür auf. Okay, probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falscher Schatz. Schöne Aussicht. Aber kein Schatz. Nein, aber... Da siehst du die Kreuze. Ja. Hey, ist das eine Höhle? Da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Okay. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Also müssen wir zurück. Dann mal zurück. Das war ja klar. Okay, mir nach. Und jemand, was vom Fenster noch auf dem Werke hört? Nichts. Meinst du, wir haben Besuch? Bist du, wir haben Besuch? Der Sturm hat die Funkgeräte zerstört. Die sind 20 Minuten. Wenn der Vater von den Hörn sehe ich nicht. Bist du, wir haben Besuch? Bist du, wir haben Besuch? Bist du, wir haben Besuch? Ah, shit, da kommen wir nicht hoch. So, erstmal hier hin. Wollte schon sagen, da unten läuft doch auch noch so ein Kasper rum. Hallo, Freund. Okay. Wow. Vielleicht sollte man mal die Knarre rauspacken. Echt? Meinst du? Zack, der Nächste. Kommt du doch her. Komm her, komm her, wo immer du bist. Lasst uns ein Spiel spielen. Was ist mit dir? Wow, 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 wow. Alter. Geh doch da raus, Mann. Au. Was ist mit dir? Alter. Ich werde ja bekloppt. So. Was, wer schießt denn jetzt schon wieder? Den lässt du dich kommen sehen. So, okay. Die hätten wir soweit. Schon wieder so einer von der Seite. Wo sitzt der denn? Da. Da. Wow. 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 Da ist sie noch. Was ist jetzt? Wenn die... Die Pisser immer von der anderen Seite kommen. Wo kommen sie denn da her? Wo kommen sie denn da her? Siehst du schon wieder? Die Pisser. Wui. Vielleicht doch ein paar Boys zu viel. Ah, die kommen hier runtergesprungen, die Bichse. Sorry. Oh, two Saksas. Komm her. Komm, 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 komm. Bam. Headshot. Voll ins Knie. Okay. Geben sie da oben jetzt Ruhe? Ne, da sind immer noch welche. So. Und da kommt der nächste. Okay, das war der... Das ging daneben. Krieg den da oben, komm. Ja. Sauber. Müsste es jetzt hier auf der Seite gewesen sein, oder? Ah ja, jetzt kommen sie schon nach oben. Wie wäre es, wenn mein Bruder sich mal eine ordentliche Knarre besorgt? Was mit dem Ziel ist, ist gar nicht so einfach. Yeah. Okay, wir sind sicher. Hätte besser laufen können. Hey, wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Aber vorher würde ich gerne noch ein paar... ein bisschen Munition einsammeln. Okay. Muss wohl so gehen. Ah, da finden wir vielleicht noch ein bisschen. Öffne das Tor. Welches Tor denn? Wo ist denn das Tor? Hier ist Munition? Ah ja, hier. Also dann mal auf das Ding. So. Okay. Wie geht's dir? Toll. Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie. Was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Okay, dann einmal hier hoch. Und da drüber. Nee, darüber was willst du? Genau. Da müsste doch jetzt irgendwo die Höhle sein, oder? Oder müssen wir hier runter? Okay, dann hier hoch. Wow. Was ein Anblick. Wow. Ziemlich spektakulär. Direkt unterm Hochkreuz. Da will Avery uns sehen. Tja, was Avery will, bekommt er auch. So sieht's aus. Also, dann mal hier runter. Junge, wie sieht's bei dir aus? Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh, Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Weiß ich wieder. Mach ich. Genau. So machen wir das. Jetzt erst mal hier hoch. Sehr schön. Und da oben haben wir wieder was zum Werfen. Yeah. Oh Gott, der zieht schon wieder die Knarre. Oh Gott, der zieht schon wieder die Knarre. Ich höre sie. Wo ist eine Patrou- Hier ist ganz schön was los. Gerade du solltest die Auszeit genießen. Niemand von uns will noch ein Port Morsby verantworten. Nee, wer es mit Klappe halten, der nicht dabei war. Für die Kurse ist heutzutage alles gleich ein Massaker. Wir brauchen diese Art Presse nicht. Wir brauchen keine Rivalen, die um die Arbeit wegnehmen. Weißt du was? Okay. Was denkst du doch wieder? Ich sag dir jetzt ein Kuchen. Wie du willst. Genau, vergess es. So. Hier geht's weiter. Was haben wir denn hier? Eine Steinschlossbüchse. Sehr piratig. Saustark. Da ist mir die Moderne aber doch lieber. Oh, ein Schatz. Was ist denn das Cooles? Ein Messer? Ein Klappmesser. Sehr cool. So. Wo geht's jetzt hier weiter?